Wo ist der Westen? Der Westen ist schon da. Was macht der Westen? Was macht er ja? Ich sage euch, wie es ist, ja, ja. Der Westen macht auch gar nix, ja. Der schaut nur zu, bis es zu spät ist, auch ja. Darum muss der Westen handeln, ja. Muss endlich was machen, ja. Gegen Russland ist doch klar. Warum macht der Westen nix? Der macht zu wenig wie ein Witz. Der Westen muss fest zusammenhalten, ja. Und in Putin sagen, so geht es nicht, ja. Er soll doch lieber nach Hause gehen, ja. Ich hatte in der Grüne nix zu suchen, ja. Und wenn er nicht nach Hause geht, dann übernimmt der Flugzeug weg. Ja, so hat es gemacht. Wann macht der Westen das? Wann macht der Westen das? Wie lang soll es uns gehen, ja? Jetzt ist ein für ein Westen, ja, einzugreifen. Fallen! Ist doch klar. Sonst geht die Ruine unter. Darum muss der Westen eingreifen, ja. Sonst kommen die ganzen Flüchtlinge, ja. Da kommen nicht nur zwei Millionen, ja. Ja. Da kommen 45, ja. Ja. Jetzt muss man helfen, ja. Ja. Und helfen, ja. Der Russ verjagt sie alle, ja. Ja. Dann sind sie alle bei uns. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jetzt muss man handeln, ja. Sonst ist Zeit zu spät, ja. Ja, jetzt muss man handeln, ja. Sonst ist Zeit zu spät, ja. So ist es wirklich wahr. Der Luftraum kehrt gesperrt. Dann kehrt gesperrt. Ja. Ja. Und wir haben weiter.